In diesem Video zeige ich dir, wie man Zinssätze für bestimmte Laufzeiten im Tabellenkalkulationsprogramm Excel berechnen lassen kann. Öffne dazu das Programm Excel. Zuerst berechnen wir die Zinsen für ein Jahr. Wir benötigen das Anfangskapital und die Zinsen in Prozent. Wir berechnen die Zinsen in Euro und das Endkapital in einem Jahr. Als Anfangskapital nehmen wir 500 Euro. Als Format wählen wir Währung. Klicke dazu auf das Symbol mit dem Geld. Dadurch rundet Excel den Betrag automatisch auf zwei Nachkommastellen. Der Zinssatz beträgt 3%. Für die Zinsen multiplizieren wir den Inhalt von Zelle B5 mit dem Inhalt von Zelle B6. Wir beginnen diese Formel wie immer in Excel mit einem Gleichzeichen. Du kannst die Zellen B5 und B6 eingeben oder einfach in die Zellen klicken. Als Malzeichen verwenden wir den Stern. Normalerweise müsste man das Ergebnis durch 100 dividieren. Da die Zinsen in Prozent angegeben wurden, macht das Excel aber von selbst. Zum Schluss addieren wir den Inhalt von Zelle B5 mit dem Inhalt von Zelle B7. Das Kapital nach einem Jahr beträgt also 515 Euro. Beim zweiten Beispiel wird die Laufzeit in Monaten angegeben. Wir benötigen wieder das Anfangskapital und die Zinsen in Prozent. Außerdem muss die Anzahl der Monate angegeben werden. Berechnet werden die Zinsen in Euro und das Endkapital. Als Anfangskapital nehmen wir wieder 500 Euro. Die Zinsen betragen wieder 3%. Das Geld soll 9 Monate angelegt werden. Die Zinsen werden wieder mit einer Formel berechnet. Beginne wieder mit dem Gleichzeichen und multipliziere das Anfangskapital mit dem Zinssatz und den Monaten und dividiere durch 12. Für das Endkapital muss wieder das Anfangskapital mit den Zinsen zusammengezählt werden. Beim dritten Beispiel wird die Laufzeit in Tagen angegeben. Alles funktioniert gleich wie vorher, nur wird diesmal durch 360 dividiert. Bei den Zinsen-Tapital haben wir alle neue Anrufe ge樣et. Der zieht auch direkt nach einem Nachrichtenprocessasyon vergangen Beim letzten Beispiel wird das Kapital mehrere Jahre angelegt. Du erhältst deshalb Zinseszinsen, also Zinsen von den Zinsen. Wir berechnen jedes Jahr einzeln. Das Anfangskapital im ersten Jahr beträgt 500 Euro. Die Zinsen betragen 3%. Die Zinsen in Euro werden wieder mit der Multiplikation des Anfangskapitals mit dem Zinssatz berechnet. Das Endkapital ist die Summe des Anfangskapitals mit den Zinsen. Das Endkapital des ersten Jahres ist das Anfangskapital des zweiten Jahres. Mache das gleiche bei den anderen Jahren. Hier siehst du, dass die Zinsen in jedem Jahr etwas höher werden. Das Endkapital des zweiten Jahres ist das Anfangskapital des zweiten Jahres. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020